Zwei spannende Tage für die ganze Familie zum Flughafenfest am Erfurt-Weimar-Airport am 10. und 11. Juni 2017 von 10 bis 18 Uhr. Matthias Stolderer, Red Bull Air Race World Champion 2016 mit Kunstflug. Kinderspaß und gastronomische Angebote. Rundflüge und Flugattraktionen. Einmalig in Mitteldeutschland. Flugshows bei einem Flughafenfest auf dem Gelände eines Verkehrsflughafens. Miterleben, wie Originale und ihre Modelle gemeinsam abheben. Bühnenprogramme, Tanz- und Sportvorführungen. Aussteller zum Thema Reisen und Freizeit. Mehr Informationen unter www.erfurt-ehrshow.de Bühnenprogramme, Tanz-Ästit. Bühnenprogramme, Tanz-Wass, Geneva Bühnenprogramme, Tanz-Wass, influenza-Kreise und Kaline-Garten.